Hallo, willkommen wieder bei mir, beim dicken Yoshi. Wieder eine DVD, wieder von einem Künstler, und zwar Dida Nuhr. Nur die Ruhr. Das ist glaube ich die aktuelle DVD von Ihnen. Die alten Programme oder älteren hätte ich gerne in dieser Komplettbox gehabt, aber zur Zeit immer noch teuer zu kaufen oder nachzukaufen. Deswegen dieses Digipack einzeln. Stell dir das mal vor, Dida Nuhr, auch ein cooler Künstler. Auch ein cooles Programm, ist glaube ich in Österreich oder Schweiz aufgenommen worden. Ne, Salzburg, ja. Und, auch ganz nett. Gefällt mir gut, aber mir gefallen halt ehrlich gesagt die älteren Programme besser. Das war jetzt nicht so gerade der Hit. Aber was will ich noch dazu erzählen? Trotzdem cool, die älteren suche ich immer noch, oder günstig zu bekommen. Das war's von mir, bis später, da denke ich euch die Bye-bye.